In diesem Bereich riecht es nach Benzin. Wie könnte man das jetzt benutzen? Hm, ich würde mal Ableckung nehmen. Okay, wenn ich das schnell bin. Ja, Neck Jan. Neck Jan. Oh, weg und die ja. Tatsache. Er kommt jetzt auch hierher. Oh, weg. 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 I know you. Ach nee. Wo hab ich den Typen nur schon mal gesehen? Er hat gerade deinen Kumpel mit einem Hula-Mädchen erschlagen. Da erkennst du ihn. Jetzt mag ich's mal. Haha. Geht doch. Und um den armen Besitzer zu rächen, werde ich jetzt hier auf sie warten, dir dann mit dem Golfschläger ins Überzeugen. Das wird sich wahrscheinlich eh schon fragen, warum endet einer meiner Leute mit einem Golfschläger? Oh, gerade so geschafft. Die Zentrale, ich hatte recht. Die Zielpersonen entdeckt, ich verbreite. Oh. Die Zentrale, bitte vor. Ach, das ist noch einer. Okay, da war ich noch. Noch jemand? Ich habe nichts dagegen, dass es auch mal ein bisschen härter wird hier. Die Hände hinter Teilung, wo wir von der Stil anrufen. Aber wir wollen nicht, wo wir von der Stil anrufen. Erledigt. Das war's mit Zielpersonen. Wegen dir habe ich keine Sonnenbrille mehr. Schauen. Ich dachte, mit dem Golfschläger wäre es etwas interessanter. Aber na gut, egal. Ein bisschen aufräumen. Vier der Sands sind schon erledigt. Bestatter freigeschaltet. Ach, wie nett. Na dann. Auf ins nächste Gebiet. Nichts zu fassen. Also wirklich. Die wissen echt nicht, wie man lautlos hier rumläuft. Ich weiß es auch nicht ganz, aber... Oh, das heißt es nicht. Wie kann man zu süß sein? Jeweils zwei Mann geht zusammen. Verteilt euch. Over. Das ist er. Nein, die da. Haha. Tja. Weg mit dir. Da waren es noch zwei Mädels. Bisschen aufräumen wieder. Das muss das sein. Auch wenn wir hier nur Platz für zwei haben, sie zu verstecken. Aber was soll's. Schauen wir mal. Was haben die denn Feines für uns hier parat. Verwirkt sie, wenn sie unten bleiben und ruhig sind. Okay. Das klingt diabolisch. Also machen wir das gleich mal. Dann fragt sich jetzt nur, ob das überhaupt noch was bringt. Wo hab ich den Typen nur schon mal gesehen? Na gut. Wenn die Damen nicht zu uns kommen, gehen wir halt zu den Damen. Jo, da ist der Geile wieder. Ich geh mal auf die Tauchstation. Wir haben das Feld und die Welt. Wenn sie sich jetzt ergeben, ist Travis zu einem Ziel bereit. Geschafft. Das ging flott. Da war's nur noch einer. Da war's nur noch. Na na, wir wirken hier gleich. Interessant werden, ja. Oh, da ist eine Axt. Na, mal lieb. Komm mit. Ja, ich packe ihn jetzt einfach hier irgendwo hin. Der wird tollen Dünger für den Mais abgeben. Okay, auf den Scheißhaus könnte man ihn verstecken können. Interessant. Wie ist das? Ja, ich packe ihn. Okay. Oh Gott, der Grund habe ich mal interessant. Ich kenne den. Was? Was? Hä? Hallo, wow. Geschafft. Die Schlachtfelder.